Hier sieht man noch ein Fakir, wie es vorher, wenn wir es nachher ausprobieren. Hier sind ja die ganzen Mitglieder, die Verkaufs, die Auszeitung, und auch alles hier in Ordnung. Und man sieht ja immer noch schön am Job. Wir sind sogar auf Treibung. Ich fahre jetzt mal auf zu hoch.